Wer hat gerade die Pau of Groats oder hat die gerade gar keiner? Nö, ich nicht. Ich hab sie auch nicht. Und ich leg sie in meine Chest bei der Farm. Da ist sie aber nicht drin. Keine Ahnung. Obwohl da unten drin, ne? Ja doch, da ist sie. Hi. Hallo. Okay, Fluridact. Na dann. Och komm, das klappt nicht bei den Rubber Saplings. Bäh. Was? Geil. Hm, was denn? Ich hab hier einen geheiligten Rubber Sapling. Was? Was? Ja, Rubber Sapling, Rubber Sapling, Rubber Sapling, Sacred Rubber Sapling, Sacred Rubber Sapling. Okay. Nicht bei mir. Die beiden hier vorne. Bei mir sind die alle normalen Rubber Saplings. Also hier steht bei mir Sacred Rubber Sapling. Da kannst du mir sagen, was du willst. Nicht bei mir. Komisch. Huckraths World Ship. Ein Hoch auf die Magershmies, Marschle. Dann läuft Bomby bei denen wahrscheinlich auch nicht, ne? Hm, mal schauen. Mach ich das mal schnell. Haben wir Bomby gerade in der Kiste drin? Hm, ich hab eins. Und ganz knapp. Oh, ich hab mehr als genug. Jo, da. Der reicht schon, passt. Noch nicht ein Flö-Redakt. Irgendwo. Eigentlich hätte welche gemacht. Also es tut auf jeden Fall etwas. Ähm, du hast noch gesagt, du hast noch ein paar da. An... Ah, da. Kannst du alles abgeben? Äh, sorry about the water. Hier. Ja. Hey. Kupfer und Blei. Immer wieder Blei. Naja. Was für Kupfer sind das? Äh, das ist Korn. Also, Mars. Ah, okay. Du kommst klar? Hm. Äh, ich glaub dort ist bloß den Aufbau erfolgt, weil der Controller... Ja, der muss in der Mitte sein. Ansonsten kannst du kein Iron und so reinklatschen. Ah, so. Okay. Äh, hoch. Leg. Ja. Und weg war das Spiel. Moment. Crash Report, ja. Ach, Ticking Entity. Aha. Das sagt was aus? High-Ofen Logic. Ah. Irgendwas mit dem High-Ofen. Oh nein. Ich hoffe mal, die Map ist nicht kaputt. Re-timed out. Oh noes. Oh noes. Wie viele Stunden Aufnahmematerial sind das jetzt eigentlich fünf? Äh, vier, drei Viertel. Meine Fresse. Reicht ne Meule. Eben. So, okay. Dann machen wir jetzt halt Schluss. Jo. Oh, das war ja wohl. Bestimmt, ich hab jetzt auch grad den ganzen Gummi schon im Inventar, das heißt... Oh, so laufen wird's wieder. Ja, weiß ich, dann können wir ja auch wieder weitermachen. Ja, eigentlich reicht's aber langsam. Ehrlich jetzt. Es ist doch grad mal halb fünf, hallo. Wazukommen. Es geht mir eigentlich eher um die Zeit, die wir schon aufgenommen haben. Ach, mir ist das egal. Ich hab... Ich hab... Ein bisschen Durchhaltevermögen. Eben. Ich hab den ganzen Tag Zeit, das durchzurendern. Oh, ein bisschen Durchhaltevermögen. Ja, ich sag dir richtig, ja. Ja. Aber irgendwie hat das mein Iron gefressen, das Zeug. Da hab ich kein Iron mehr. Ich hab hier auf einmal so viele Hives, hä? Weil du eins mit der Kiste geworden bist, in der die Hives drin waren. Wahrscheinlich, ja. Werde eins mit der Kiste. Sei die Kiste. Die magische Kiste. Werde größer, Minecraft. Vollbild, bitte. Oder hast du dir das aufgehoben, Simon? Was denn? Iron. Ich hab keine Ahnung, ich bin gecrashed. Auch beim Join-In oder wie? Ne, ich bin einfach dir rausgeflogen. Das Spiel hat sich geschlossen. Achso, dann komm doch wieder rein. Läuft wieder. Bin ich doch grad bei. Achso. Ist wieder Vollbild, ist wieder Vollbild. Wunderbar. Wir könnten doch jetzt eigentlich einen Pulverizer machen, oder? Ja. Klar, Energie dazu haben wir. Ja, und Energiespeicher wäre nicht schlecht, glaube ich. Ne, ich hab kein Eisen. Also sieben Englis. Kein einziges. Also sieben, aber die hatte ich glaube ich vorher auch schon. Geh mir mal bitte. Eins, zwei, drei. Wir bräuchten doch nur eins für den Pulverizer. Danke. Was? Wie? Wir bräuchten nur ein Eisen für den Pulverizer. Achso, ja, warte. Kriegst du. Fürs Pisten halt. Zack. Jo, danke. Hä? Das ist irgendwie nicht da. Ah, da. Hab schon. Ist zu weit geflogen. Außer mir kann es nicht liegen. Der Magnet ist aus. Das Chunk da aus. Das nervt mich noch im Endeffekt. Ähm, ähm, ähm. So. Hä? It works. Schön. It works. Wahrscheinlich, weil ich reingeguckt habe, ging das eben nicht. Haben wir noch irgendwo ein Servo. Also ich habe keinen Barren. Ich habe auch keinen. Ich glaube ich brauche mehr Sand. Ja, nimm gleich welches für mich mit. Ich brauche immer noch Glas. Nö. Ja. Ich melde das Glas hier. Glas bräuchte ich auch was. Und Redstone. Jetzt seid ihr aber mal dran. Ich habe schon hier Stack Dust und ein Stack Koppel, äh, Gravel gemacht. Ich nehme aus. Ich habe gerade erstmal eine Quest. Deswegen jetzt der Pulver Reise. Claim Reward. Also Getting Rubbery habe ich gerade gemacht. Nehme ich die rechte Tasche. 41 Leben, bla 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 bla, da. Und was ist es? Also, für eine Tasche. Das habe ich nicht nachgeschaut. Ich weiß aber, dass da nur Austern drin waren wieder. Okay, nehme ich die linke. Das ist eine gute Tasche. Und da war ein Red Hering. Was? Kennt ihr das nicht? Der amerikanische Red Hering? Doch, das weiß ich schon. Ja, ich weiß nicht. Yay, 16 TNT. Schon wieder. Ja, von mir abgesehen, Red Hering kommt auch in, ähm, Soundcraft vor. Ich weiß. Eben, Soundcraft vor. Du nervst mit deinen blöden Fällen. Hast du sie? Ja. Ja. Ah, ich liebe das. Du hast auf vier Nacht. Vielleicht kommen Endermen. Vielleicht? Vielleicht. So. Mist, ich brauche doch einen Redstone. Der Pfeil hier steckt im Wasser. Also, einen Redstone kann ich dir geben. Das wäre cool. Ja, eins brauche ich. Oder ich. Wir brauchen bald einen Redstone. Ich habe nur zwei und eins brauche ich selber. Ja, das schaut doch schon professionell aus. Warum steht hier eigentlich irgendwie so ein Holz rum und so? Holz rum? Ja, vor den Hühnern. Äh? Vor den Hühnern. Warum steht hier Holz rum? Weil es geht. Dann sag nicht hä, wenn du eh keine Antwort hast. Das hat jetzt irgendwie traurig geklungen. Bei mir jetzt, oder was? Ja. Wenn du keine Antwort drauf hast. Mann. Du hast meine Gefühle verletzt. Wollen wir einfach mal alle ganz weit vom Crop-Feld weggehen, auf das da Leute spawnen können? Ja, zum Draufgläsern war das übrigens. Naja. Wollen wir mal alle vom Crop-Feld weg, ne? Weit weg. Und schauen. Weil oben ist noch nicht ausgeleuchtet, oder? Nö, hab ich noch nichts gemacht. Oh. Oh, da ist... Ah, da kommt die erste. Da ist ein Zombie. Da ist ein Creeper. Da ist ein Creeper. Da ist ein Creeper. Na ja. Du machst Gold, okay. Was ist? Ne, frag mal Gold. Das ist alles in Ordnung. Brauch ich. Keine Panik. So, also bleibt Markus jetzt... Ah, ne, du stehst da direkt neben dem Feld gerade, okay. Ja. Ich brauch Eisen. Also doch kein Bock mehr auf Endermann-Sucher. Ja doch, aber... Aber? Wir stehen ja alle irgendwie direkt neben dem Feld. Ja, ich nicht mehr. Ich hab nur gerade den einen Zombie erledigt. Und dann bin ich wieder zurückgegangen. Ja. Sack. Hallo. Oh schon, da sind Villager-Zombies. Komm, Dings weg. Ja, immer mit der Ruhe. Die Nachricht dauert nicht allzu lang. Oh, da ist ein Skelett mit Rüstung oder so. Mit einer Spinne. Ein Spider-Jockey? Ne. So, was macht eigentlich der Stahl? Der hat Ordnung. Der erhitzt ganz langsam. Okay. Re-Anglement spawnt da keiner. Konnte man die nicht auch irgendwie basteln? Die Creepy-Doll? Ja, die ist aber teuer. Naja, die braucht Diamanten. Bisschen Nether-Wort. Ne. Die braucht Diamanten und oder Emeralds. Ja, okay. Die Precious-Doll, ne? Warte mal, kann man mit der Doi vielleicht auch passive Animals? Ne. Ne, ne, nur die drei. Stimmt. Ein Ender-Eye. Geht das vielleicht? Das ist noch irgendwie bezahlbar. Was? Spawn Enderman. Geht nicht. Okay, schade. Irgendwie, das ist irgendwer zu nahe dran oder was? Und bis auf die Spinne und das Gelächter oben nichts mehr. Ja, die Mob-Farm ist voll. Also kann sein, dass die ein bisschen blockiert. Möglich. Dann packen wir halt den Magnum-Torch drunter. Dann ist aber überall, ne? Für einen kurzen Moment, meine ich. Ah. Ja, während du das... Dann kann ich ja erstmal hier nochmal die Spinnen abschlachten und so, ne? Plopp. Hm. P bumpy! ... wo ist das Skeletchen, was hier oben stand? Oder ist das sozoffen? Hm. Was ist sozoffen? Wurder runtergetaucht. Bis nach ganz da unten? Oh. Macht da jemand wieder Spaß an den kleinen Figürchen? Nee, 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 nee. Spiel doch mal ein Spiel. Versuch, jeden Fall mit deinem Kopf zu fangen. Oh, der ist halt geflogen. Oh, ding, ding. Scheiße. Es geht einfacher mit Spamboard und dann versuchen, den Fall zu fangen. Ah, stimmt. Dann hast du ein paar mehr Möglichkeiten. Ja. Naja, zweimal. Nun ja, nun ja. Oh, ich brauch ja nochmal zwei Redstone. Scheiße. Ja, oder eben, wir gucken uns die Fische an, irgendwie. Ja, das wäre echt ne Idee. Aber ich glaub, da brauchen wir so ein Fisch-Tank und so. Jo. Und dann den Platz weg. Dann bauen wir den irgendwie passend. Oh, wow. Ich find's schön, dass man für den Fisch-Tank Fisch braucht zum Craften. Ja, passt doch. Klar doch. Oh, einen Fisch, den kriegst du nicht so leicht. Und wir wissen ja auch nicht, ob die Ender-Fische vielleicht irgendeine spezielle Area brauchen, wo sie drin leben wollen. Müssten wir mal nachsehen. Ja, nicht erst End. Ja, ja. Irgendwann der Scheiß kommt dann. Apropos End, wollten wir nicht mal in den Nether gehen? Nein. Also doch, ja, aber, ne? Das müsstest du dann erst mal aufbauen. Und das dauert nicht lang. Da waren wir ja. Ja. Vielleicht könnten wir ja auch am Tag mal irgendwie zu Sugarcane Farm hingehen. Das mal vielleicht ein paar passive Mobs bauen. Ja. Später. Ähm. Erstmal gerade irgendwie was vorgehabt, was ich schon wieder vergessen habe. Meine Fresse. Achso, natürlich brauche ich noch Wasser. Ich vergesse, was ich tun wollte. Wo bauen wir das Portal denn den neuesten Mal hin? Weit weg. Oder bei der Mob-Farm hin, damit es keinen Sound macht. Stimmt, ja. Ich weiß, was ich als nächstes machen werde. Ich fange an einen Harvester zu bauen. Okay. Hört erstens zur Quest und zweitens wollte Frank das eh haben. Oh. Aber die brauchen Strom, das ist das Problem. Ja, aber es gehört zur Quest. Was schon? Harvester und andere Gartengeräte dazu noch. Ich mach. Vielen Dank.